Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky. So, jetzt ist die Frage, kommen wir da rein? Ich weiß, da gibt es gute Pläne. Das Problem ist nur, wir müssen diese Drohne ausschalten. Stahl verstärkt. Kann man sich einfach reinhacken? Einfach irgendwie. Anstatt sich da durchzuhauen, Multi-Werkzeug. Ja, das ist die Frage. Kehrt natürlich bereits. Nachherzeit wird verkürzt. Reichweiten, Sigma. Guck mal. So ein Bergbaustrahler, den brauch ich eigentlich nicht. Ah, die hätten wir vorhin gebraucht. Haben wir die? Oder hatten wir die gehabt? Warte mal. Warte mal. Das wäre jetzt hier. Technologie installiert. Okay. Technologie aufgeladen. Okay. Ähm. Ja, gut. Das ist wohl nicht so toll, wie ich das mache. Okay. Also, es gibt echt Sachen, die man vor Ort benutzen kann. Ja, gut, also, es hat keinen Sinn. Ja, okay. So. Wenn wir jetzt machen. Woher kommen wir jetzt? Oh oh, was? Nachladen, wie laut ich denn nach? Ach du Scheiße, was kann ich denn nachladen? Und starten, und starten, und starten. Okay, wo ist jetzt diese Bunker hin? Wo war mir das jetzt gerade? Ah, wo ist es jetzt? Wo waren wir jetzt gerade? Kann ich da oben drauf, wie? Nee, hier ist es nicht. Nachladen, wie laut ich denn nach? Ähm, nachladen. Was ist hier denn? Mit er? Ach so, mit er. Okay, ich mach mal nochmal. Wo war jetzt die Mine, wo wir waren? War die dahinter? Äh, Minifabrik natürlich. Hä, wir haben uns doch weit bewegt. Die habe ich vorhin auch nicht gesehen. Wo ist das gewesen? Wie war die? Ja, wir haben uns doch weit bewegt. Ähm, wir haben uns doch weit bewegt. Wie war das? Wie war das? Wie war das? こう. Wie kann man sich so verfranzen in dem Spiel? Ich hab wirklich nicht gehört, weil es so groß ist. einfach so dann schauen wir ob wir jetzt ein neues raumschiff kaufen können das sieht doch nice aus also ich will x 1000 wert so okay okay wo wir hätten fast genug gehabt dafür okay die frage ist ob wir vielleicht doch eher noch oder mal wir sollen doch eher noch sammeln gehst du dann die lünfer verkaufen aluminium ja gut geht doch titan plutonium ah ist denn so jetzt haben wir nicht mehr viel zu kaufen wir hätten fast genug sein schiff verdammt warte mal kurz was hat unser raumschiff noch 20.000 und ja gut das war es dann okay wir müssen noch ein bisschen ein ressourcen suchen die taubere haben schon aktiviert oder glaubt schon oder ja die die läuft schon okay alles klar gut okay kurz mal aufladen genau starten wir mal okay wachen wir sind einmal irgendwas leuchtendes so das sieht doch wertvoll aus jetzt müssen wir jetzt wieder um 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 funktionieren äääh webbarscanner ja das war es dann schon mal da oh So, das war keine schlaube Idee. Leben, da geht es fast leer. Ok, kurz schauen. Ex-Anzug. Oh, können wir wie nie in ein... ...was reinfliegen. Schon mal Vorteil. Ok, wir haben ein paar Ressourcen geholt. Ich weiß gar nicht, wie viele gab es denn jetzt gerade. Was haben wir denn eingesammelt, der kurze Zeit? 12.000 Einheiten. Das ist nichts. Das hier haben wir nichts. So... So... Okay, ich will versuchen, die Garnix. So, ich bin wieder mal. Okay, wir gehen weiter. Oh nee, die ist schon wieder. Was war das, was so ein Bug ist? Okay, dann irgendwo landet es auch vorbei. Ja, super. Autsch. Ah, das ist mein FRA, wenn wir das hochladen, starten und da hochkommen. Oder ich komme hier hoch, vielleicht. Okay. Warte, wenn Steppiger aufgeladen ist. Und nochmal. Da ist das Ding, was uns das... ...Gugzeug der Begierde. Das sieht so schön aus. So, das müssen wir jetzt erstmal verkaufen. Partner. Aha. Der ist schon Partner. Lebenform verkaufen. So. Dann wollen wir mal MR verkaufen. Und... Was haben wir noch? Platin. Okay. Viel gab es noch nicht, ne? Der ging es für reich für sein Raumschiff. 491... Ach, verdammt. Da fehlt echt noch weh. Ein bisschenchen noch. Da fehlt uns noch 40.000. 40.000. Da habe ich nicht mal was am Raumschiff so toll ist, oder? 15.000. Ne, reicht noch nicht, verdammt. Okay. Äh, warte mal. Hatten wir jetzt gerade das Ding gehabt? Okay. Ich habe gar gedacht, es hieß da, was wir mit dem Atlas Pass hätten. Achso. Okay. Das ganze Zeug, das wir jetzt aufgeschlagen haben, ist zu verkaufen. Jaja. Wir wissen schon. Aber was habe ich jetzt abgeklickt? Nee, wollte ich gar nicht. Oh Mann. Äh, verkaufen so. Woher kommt DAS jetzt bitte schön? Hast du eine Kiste rausgeholt? Was? Wir haben genug, wir haben genug, einfach das Raumschiff. Komm schon. Let's start das Ding und flieg davon. Bleib da, bleib doch da. So, ich hole uns ein neues Raumschiff. Genau. Da gehöre bitte, da ja, ich will dieses Raumschiff kaufen. jetzt auch das am schiff damit x was ist das jetzt hier akzeptieren warnung vor der zuschauer gegen reflektor schild reflektor schild 100% bootantrieb ich denke schon jetzt ist es unser alles klar ganz kurz einen kleinen test start cool wir haben neues raumschiff ok jetzt haben wir auch einen besseren antrieb das heißt wir sollten dass wir dem auch weiter installieren können gut aber wir sind dann nicht mehr dieses mal jetzt gehen wir hier noch ein Ort hin wo wir speilen können und alle so wow nicht nur Teilstoff was so jetzt aber und tschüss wow wow was sind das bitte schön ähm ok alles entdeckt ok alles klar was ist denn das da was ist denn das da ähm was kupfer was ist denn das da let's go und jetzt ja 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 ich Schauen wir uns, wenn wir da sind. Ok, weißt du was? Ok, weißt du was? Wir müssen weg. Halt uns wieder zurück. Ok, ähm. Ich würde sagen. Können wir wegfliegen gehen? Offline. Feindliche Störungen in der Nähe. Ich glaube das ist zu uns gerade. Ok. Das ist... ... 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 Das war's für heute. Wow, keine Chance, ey. Ja. Okay. Äh, wo ist mein Schiff? Okay. Ich glaube, ich habe auch alles verloren, was ich hatte, ne? Huh, eine Pelle haben wir noch, super. Okay, ja. Gut, die Werkzeug. Ähm, ja. Okay, gut. Gut, haben wir ja viel verkauft im Vorfeld, daher ist es nicht so schlimm. Aber wir haben ein neues Flugzeug. Gut, das war dann unsere erste, mit so einer Raumschiffsschlacht. Und, naja, mal sehen, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal zu No Man's Sky. Bis dann, tschüss. 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 Vielen Dank.